Die Startung 140 an Matasjern Kauskas. Auf dem fünften Platz mit der Startung 139 der Sascha Jäger. Auf dem vierten Platz mit der Startung 137er Simon Stehberger. So, zwischen Platz 2 und 3 hat wieder einen Punkt unterschieden. Ganz knappe Wertung. Platz 3, wirklich ganz, ganz knapp. Der Startung 138er Rainer Stoß. Ich glaube, das ist schon wieder ein ziemlich nervöser Opa. Auf dem Platz 2, wirklich nochmal betonen, starke Kasse. Also da hat ein Startung betonen, 130, warum? Die Startung haben 136er David Bühner. Und ziehen wir dann eine Gasse zu. Applaus Die anderen kommen auch noch nach vorne. Alexander, noch einen Schritt nach vorne. Okay. Okay. Applaus 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 Applaus